Jo hey Leute und so dasselbekommen zu einer oder zu zwei drei Runden Soweit gehen wir jetzt auf den GAM-AD-Server, denn es gibt fünf neue Maps Leute, mal gemeinsam testen, jo und wie gesagt, gehen wir gleich mal hier rüber und suchen mal so eine neue Map raus. Es gibt aktuell gerade keine, die zur Verfügung steht Ich hoffe da kommt gleich mal eine. Man sieht, ich warte jetzt mal. Ja, und sonst wir uns gleich wieder in eine Runde. Okay, ich bin jetzt mal in eine Runde gegangen, wo Teams erlaubt sind, denn ich bin jetzt zwei, drei Minuten da rumgestanden vor der Non-Team-Esky-Variante und da kam jetzt gerade nie eine neue Map. Oh, und ich sehe gerade meine KT ist auf 0,57 mittlerweile. Alter Mann, nice, ich verspille jetzt gerade nicht wieder. Ich habe so eine Runde zum Test vorhin gespielt, habe da einen Kill gemacht, bin aber danach gestorben. Und das heisst, wenn ich jetzt wieder sterben würde, dann hätte ich wahrscheinlich gerade wieder 0,56 KT oder sowas. Aber ich spiele nicht auf Sets. So, äh, Fairy Tale habe ich gestern schon mal gespielt mit dem Apple 99, oh, wir haben nämlich eine Runde aufgenommen gemeinsam. Und Speedy ist nachher schon. Okay, ich team mal mit Speedy nah. Ja, und am besten geht man hier einfach, man versucht zur Mitte zu kommen und geht dann direkt mal diesen Baum hier hoch. Äh, oder einfach halt nach oben so schnell wie möglich. Ich glaube, da hin kann man auch gerne hoch. Oh ja, wünsch mir Glück, Leute. Äh, ich hoffe, ich habe es auch. Oh 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 oh, shit. My aiming ist immer schlecht auf Doom, aber, da habe ich mich überleben, so. Ja, schon bisschen Stuff, den man gebrauchen kann. So, äh, ich habe gestern mit Apple, wie gesagt, vielleicht auch schon eine Runde aufgenommen, die lief relativ gut und so. Ich war zufrieden mit der Runde was ich glaube jetzt bei Klamotten es gibt in der Team mal anders wie ob das ein Problem werden dürfte oder als Dark Gamer, okay dann lass ich mal was heißt dass der nett ist so den hier könnte man mal töten eventuell ach komm ich will den Killnetz einfach dann nehm ich gute Rüstung ich hab mir auch gegeben schon bisschen was an Schaden okay komm den müssen wir kriegen doch der andere hat einfach schon nicht die Axt dahin okay dann geh ich mal lieber weg von dem so ja unten wieder geschlagen und den sein Schwert hätte ich gerne aber ich geh dabei vielleicht auch selbst drauf okay jetzt auch oh ist hoch hier genau soll man sehen kann man da vielleicht abstauben ja nice also mal gut abgestaubt kann man so sagen das hat er dafür Steinschwert erhalten okay kann auf dem Maus auch haben auch nichts dagegen okay komm und das da gut ich denke mal der soll das Schwert haben jetzt da hinten mag auch noch einer okay die Runde läuft ganz gut da eigentlich also ich bin komplett zufrieden bis jetzt da vielleicht wäre es natürlich gewesen wenn ich schon der gestorben wäre aber das bin ich nicht zum Glück so einen Bogen nehme ich jetzt mal absichtlich nicht mit uiuiui Dark Gamer kommst du weil sonst regt mich der ja gleich uiuiui okay darf nicht mehr viel haben uiuiui okay er hat nichts mehr er hat nichts mehr sonst würde ich Dreck laufen also macht jetzt einen extrem guten Turn oder kommt mit dem Bogen oh nein ist Dark Gamer ist da okay ein Herz ah kriegt er den? ich hoffe der kriegt ihn ich habe jetzt ein Herz das ist ein bisschen dumm ich denke wenn Dark Gamer durfte ihn kriegen ich hoffe es einfach mal oh ja er hat ihn okay dann gehe ich ja nicht zu Dark Gamer runter jetzt einfach nicht alles sehr rausspringen hätte knapp werden können okay wir sind eigentlich nicht gut ausgerüstet eigentlich sind wir eigentlich nicht gut ausgerüstet aber auf jeden Fall es gibt halt viel Wasser auf diesem F wie man schon sieht Fairytale was heisst eigentlich Fairytale auf deutsch das weiss ich gar nicht also Tale heisst ja gar nicht Tal ich habe gestern mit Appler äh schon darüber diskutiert und auch hier fand ich ja nicht so eine Antwort dafür so kommt er ja da Gamer kommt sehr gut sehr beruhigend sehr beruhigend ähm eigentlich alleine zu spielen in einem Team alleine zu spielen in einem Team was macht denn das wieder für einen Sinn allein spielen in einem Team ja läuft oh man ne und das war jetzt gerade der absolute Fail den ich mal geleistet habe dann muss ich ja wieder alles hochlaufen okay aber ich mit meinen Jumper die Künsten dürfte es eigentlich schon schaffen so genau so geht das okay da hinten kommen zwei da sollten wir weglaufen es sieht nach dem Team aus so kommt da Gehen wir jo er kommt okay komm lol ich war nicht full life Fail ah da Gamer wurde auch getötet okay heute hört es an wir machen noch eine Runde bis gleich so so und das sind wir in der nächsten Runde diesmal in der Teams verboten Variante ähm dann in Team SG war jetzt gerade auch kein neue Map und ja es war überall einfach immer nur noch Fairytale ich heiss nicht ob die es gibt ja insgesamt wirklich 5 neue Maps aber es ist nur die verfügbar anscheinend äh und ja eigentlich die andere Runde wir wollen auch ganz gut wir sind aus kritischen Situationen eigentlich gut weggekommen haben dann halt bisschen zu viel riskiert was halt nicht gut war oh nein da war ein Eisenschwert da war ein fucking Eisenschwert drin und ich kriege es natürlich nicht oh man okay gut so ich versuche natürlich gleich mal da hoch zu gehen so und da am Spawn ist einer AFK wenn so ein Kill gehen würde dann könnte ich ihn ja noch holen oh und da unten war jemand auch an der Kiste 20 ich versuche irgendwie so plus minus die selbe Route zu gehen wie gerade eben uuuh nice stuff nice stuff auf jeden Fall so da unten sind ein paar wo beziehungsweise hier ist sogar auch einer oder hier nice der wäre schon mal weg okay davon ist ja auch noch einer nee okay doch nicht ich gehe dann wieder hier ins Haus rein weil ich habe Ruhe erstmal so okay ganz konzentriert Konzentration wir haben einen Dia wir haben einen Dia Leute aber das Eisenschwert am Spawn ist ja schon echt geil gewesen und dann habe ich dann auch gehabt bis von erschreckt äh Freunde hier unten auch da hat er Full Iron gut so ganz ruhig bleiben das ist immer gut wenn es um SG geht schön ruhig und konzentriert bleiben zumindest singt der Mann gerade eh schon mal nicht das ist ja das ist ja gut na so man sehen da unten ist einer ach komm den hunde uns jetzt oh fuck okay der ist gut equipped der hat uns oh das ist der ist das der mit dem Eisenschwert echt jetzt oh lol oh lol er gibt mir zu gut ich glaube ich bin ja tot oh ich bin sowas von tot ja okay das war äh mittelmäßig ich war immer wieder ein bisschen zu offensiv ich wollte einfach drauf gehen und so halt na gut aber ich würde sagen Leute lasst auf jeden Fall eine positive Wertung da und dann sehen wir uns beim nächsten Video am Mittwoch wieder bis dann Leute machs gut ihr dürft auch gerne in die Kommentare schreiben was ihr am Mittwoch sehen wollt und ja bis dann Leute machs gut ich wünsche euch einen schönen Sonntag wo estab aus w w w w w w Bis zum nächsten Mal.